Kapitel 4 Hydropis Adoptifamilie Ein leises Plätschern. Um mich herum war alles dunkel. Ich öffnete langsam die Augen. Ich befand mich in einer Höhle. Alleiner. Das Plätschern ging von einem Stein aus, auf den von der Decke Wasser tropfte. Neben der kleinen Pfütze, direkt neben dem Stein, dem weichen Moos, auf dem ich lag, und dem Loch in der Decke, durch das ein Sonnenstrahl drang, gab es hier nichts. Außer einen Weg in einen dunklen Gang. Ich war zunächst sehr verwirrt, was halb ich überhaupt überlebt hatte und wo ich sei. Ich machte mir Sorgen um die anderen. Aber ich fühlte irgendwie, dass sie auch noch leben mussten. Wenn ich überlebt hatte, warum sie dann nicht? Ich wusste zwar nicht, wo sie waren oder wo ich überhaupt war, doch ich wusste, der einzige Weg Antworten zu bekommen, war es, sie zu suchen. Und dafür musste ich zunächst diese Höhle verlassen. Ich lief eine Ewigkeit durch den Tunnel. Es gab kein Licht, keine Hindernisse, einfach gar nichts. Ich wollte aber nicht aufgeben. Ich lief weiter und weiter. Es wurde wärmer und wärmer. Als es begann, wirklich heiß zu werden, wurde es auch heller. Langsam erkannte ich, was um mich herum geschah. Obwohl es so heiß war, bekam ich eine Gänsehaut. Ich war erst drei Jahre alt gewesen, als es geschah. Ich und meine Familie waren aus unserem Ursprungsland, dem Sumpfland, abgereist, um einem in dieser Zeit weltbekannten Retter-Team beizutreten. Es war noch gar nicht lange her, vielleicht einen Monat. Wir gaben dort alle unser bestes und erzielten Erfolge. Ich wurde von meinen Eltern trainiert, damit ich auch kämpfen konnte. Ich hatte den Bogen sehr schnell raus. Doch in dieser Nacht, in der ich mich gerade wieder fand, wendete sich mein Leben. Ein Feuer brach aus. Es herrschte Massenpanik. Überall rannten Pokémon und umher, und es war sehr laut. Ich wusste nicht, wo meine Eltern waren. Ich wurde von ihnen getrennt. Es dauerte ziemlich lange, bis die Leitung des Retter-Teams etwas tun konnte. Die meisten Pokémon waren zum Glück rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Doch sieben haben es nicht geschafft. Zwei von ihnen waren meine Eltern. Wenige Wochen später wurde das Retter-Team völlig aufgelöst und ich hatte keinen Unterschlupf mehr. Ich wusste nicht, wie ich jetzt weitermachen sollte. Ich war so jung, dass ich keinen Ausweg sah. Doch ich wurde nicht alleine gelassen, selbst in so einer schweren Zeit. Im Retter-Team waren noch bis zum Ende zwei Pokémon gewesen, die bis zu dem Brandgut mit meinen Eltern befreundet waren. Sie wollten abreisen und zurück in ihre alte Region ziehen, in der sich das große Abenteuer meiner Freunde später abspielen würde. Sie boten mir an, ich könne mit ihnen kommen. Natürlich war ich froh, Hilfe zu bekommen, und nahm das Angebot dankend an. Ich lebte für eine lange Zeit bei ihnen. Nach kurzer Zeit fühlte ich mich bereits wie ein Teil ihrer Familie. Ich teilte viele tolle Erinnerungen mit den beiden. Doch auch wenn mein Leben doch noch eine positive Wendung genommen hatte, sie war nicht perfekt. Ich hatte in Silberdorf zwar meine Adoptiveltern, doch ich fand dort einfach keine Freunde. Dort war niemand, der mich mit normalen Augen ansehen konnte. Für sie alle war ich nur anders. Natürlich bemerkten meine Eltern auch, wie einsam ich immer war. Sie versuchten mir zu helfen, so gut sie konnten, doch auch wenn sie mich immer wieder auf die Beine brachten, sie konnten mir trotzdem nicht helfen, Freunde zu finden. Eines Tages erzählten mir die beiden dann, ich würde einen Bruder bekommen. Zuerst freute ich mich riesig, doch dies endete bei seiner Geburt. Ich hatte immer, wenn ich meinen Bruder, wie meine Eltern es nannten, sah, das Gefühl, ich wäre in dieser Familie nur ein fünftes Rad am Wagen. Ich begann mich selber so zu sehen, wie die anderen es schon lange zuvor getan hatten. Ich war kein Teil dieser Familie, ich war nur ein Außenseiter, der sich irgendwie dazu geschlichen hat. Ich wusste damals noch nicht, wie dumm das Ganze von mir war, ich war schließlich erst sechs Jahre alt. Doch dadurch, dass ich meinem Bruder immer genau diesen Eindruck vermittelte, begann er es in demselben Licht zu sehen, in dem ich es selber sah, als der eine, der in seinem Leben ist, aber nicht dazu gehört hatte. So begann der ewige Streit zwischen mir und meinem Bruder, Bisasam. Und so gingen die Jahre ins Land, und ich und Bisasam vertrugen uns immer schlechter. Unsere Eltern waren ganz verzweifelt und wussten nicht, was sie mit uns machen wollten. Ich für meinen Teil war einfach den Großteil des Tages weg, und Bisasam auch, vor allem in der Phase, in der er einen neuen Freund gefunden hatte. Mir war das Ganze nur recht, denn so konnten wir mehr Abstand sichern. Denn ich lernte nur wenige Wochen, nachdem Bisasam seinen neuen Freund fand, meinen besten Freund kennen, Floing. Er war gerade erst nach Silberdorf gezogen. Wir trafen uns regelmäßig, doch er war häufig relativ kurz angebunden, da er immer noch mit jemand anderem verabredet war. Ich fand es immer sehr schade, wie wenig Freund mir von seiner Vergangenheit erzählte. Seine Eltern lernte ich nie kennen, und er wollte kein Wort dazu sagen. Genauso dazu, wo er überhaupt herkäme. Man könnte beinahe das Gefühl bekommen, er wüsste selber nichts darüber. Ich beschloss aber, mich nicht darüber zu ärgern, sondern mich zu freuen, dass ich endlich nach all den Jahren jemanden gefunden hatte, der mich so akzeptierte, wie ich war. Eines Tages verriet Floing mir, weshalb er oft so kurz angebunden war. Wie er eigentlich schon erwähnt hatte, sagte er, er würde sich mit einem anderen Freund treffen, und schlug vor, dass wir uns auch einmal kennenlernen sollten. Er meinte, wir seien uns sehr ähnlich, und würden uns bestimmt gut verstehen. Für mich klang es nach einer guten Idee, schließlich konnte es für mich nicht schaden, mehr Freunde zu haben. Also vereinbarten wir einen Termin, an dem wir uns am großen Hügel im Dorf treffen wollten. Es dauerte einige Tage, dann war es endlich soweit. Ich würde jemanden Neues kennenlernen und mich vielleicht mit ihm anfreunden. Zumindest war das der Plan. Aber, wenn man glaubt, das Glück wendet sich zu einem, dann schlägt es einem meist einfach ins Gesicht. An diesem Tag lernte ich nämlich meinen tollen neuen Freund, Vizazam, kennen. Flonk schiel die ganze Zeit sehr aufgeregt sein. Wir wollten es beide für ihn nicht ruinieren, also bissen wir die Zähne zusammen. Nach einer gefühlten Ewigkeit verabschiedete Flonk sich endlich, und ich konnte endlich Klartext mit Vizazam reden. Genau gesagt sprach er mich an. Doch diesmal war es etwas anders als sonst. Er wirkte beim Reden weder von mir genervt noch wütend. Diesmal wirkte er sehr sachlich und war sogar relativ freundlich. Okay, Dropi, ich weiß, dass das Ganze für dich mindestens genauso peinlich war wie für mich, aber Flonk hatte anscheinend seinen Spaß. Wir kommen beide gut mit dem Klaas und sollten dafür sorgen, dass es am besten auch so bleibt. Also können wir uns drauf einigen, uns zumindest nicht zu streiten, wenn Flonk in der Nähe ist. Er braucht nichts von unserem Verhältnis zueinander zu wissen. Zum ersten Mal seit Jahren konnten wir uns tatsächlich auf etwas einigen. Dieses Versprechen damals hatte sogar größere Auswirkungen, als ich dachte. Wir waren oft mit Flonk unterwegs und gewöhnten uns daran, normal miteinander zu reden. Wir wurden nie die besten Freunde, aber immerhin schritten wir uns nicht mehr den ganzen Tag. So verbrachte ich die nächsten Jahre in Frieden, bis zu dem Moment, in dem die Dunkelheit einzug. Unsere inzwischen sehr altgewonnenen Eltern gingen nun auch von uns. Wenige Tage, bevor Horgünter kam und als ich das Angebot bekam, nahm ich den Platz als neuer Wächter der Höhle der Regenbogenkristalle ein. Ich kehrte wieder in die Gegenwart zurück, in die Gegenwart, in der ich mit meinem Bruder Bisasam und meinen Freunden Nikros, Malatias und Flonk inmitten eines großen Abenteuers steckte. Vor mir befand sich nun ein Ausgang und ein Wald, der eindeutig der Seelenwald war. Doch etwas weckte mein Interesse. Ein neuer Gang war neben mir. Ich wollte ihn gerade betreten, doch auf einmal spürte ich etwas Merkwürdiges in mir. Ich erinnerte mich daran, wie meine Aufgabe als Wächter der Regenbogenkristalle scheiterte. Ohne es zu wollen, begann ich mir einzureden, es war alles nicht meine Schuld gewesen. Es war ihre Schuld. Oder sie wäre da gerade einfach geblieben, wo er war und die Höhle wäre ganz geblieben. Lord Ecke, Latias, Nikrosna und vor allem Bisasam.